...überleitend zu dem Thema auch Wachstum, weil ich denke, diese Umbrüche, ich werde im Vortrag natürlich noch näher darauf eingehen, machen es notwendig, darüber nachzudenken, in welche Richtung soll sich diese Gesellschaft weiterentwickeln. Die Energiewende ist sicher nur ein Thema, es gibt viele weitere Themen und es gibt ganz neue Möglichkeiten von Allianzen, sowohl mit der Industrie, mit Bürgern, aber auch mit wissenschaftlichen Einrichtungen, die notwendig sind, überhaupt in eine Gesellschaft zu gelangen, wo wir vielleicht solche Fragen stellen sollten, wieder aktiver, welches Wachstum wollen wir. Ich denke, erstmal Nachhaltigkeit ist ein ganz zentraler Faktor, wir selber haben mal eine Studie gemacht und haben einfach mal Märkte uns angeguckt und zwar nicht nur erneuerbare Energien, wir haben das für die Hypovereinsbank gemacht und haben eine Umfrage in der Süddeutschen zu dem Thema gehabt und speziell Marktchancen gesucht und das kommt jetzt hier nicht so deutlich raus für kleinere und mittlere Unternehmen. Wir haben ganz bewusst auch mal andere Märkte mit eingebaut und machen gerade aktuell eine neue Umfrage mit 20 Märkten, zum Beispiel neue Bildungsmärkte. Denkt man vielleicht nicht so gleich dran oder auch individuelle Gesundheitsprävention oder Gesundheitskonzepte für Entwicklungsländer oder Social Commerce und Nutzerintegration. Also wir haben bewusst auch Märkte genommen, die nicht zu den üblichen Verdächtigen gehören, sozusagen in der kleinen Szene, die man weiß, mit mehr ressourceneffizient, sondern das ganzheitlich betrachtet. Dass es natürlich notwendig ist, Menschen zu schulen, um die Möglichkeit zu haben, sich über Nutzerallianzen überhaupt zu beteiligen, in der Gestaltung, was gewünscht, Individualisierung Trend habe ich genannt, wie sollen die Produkte aussehen. Also das gehört auch zusammen und wir erleben das ja in der Facebook-Generation, dass zumindest einige sind, die ein Interesse haben, eben nicht nur hinzunehmen, sondern sie zu partizipieren und teilzuhaben. Sie haben vielleicht verstanden, wir befinden uns in einer Zeit, ich möchte eigentlich gar nicht so gerne immer große Worte machen, aber wir befinden in einer Zeit, wo Entscheidungen notwendig sind. Energiewende, andere Mobilität, auch im Gesundheitssystem, Sozialversicherungssystem und dafür werden Lösungen benötigt. Dafür braucht man Kreativität von Ihnen, von den Leuten, die betroffen sind, Nutzern, Bürgern und wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir solche Dialogsysteme hin, wo wir nicht die einen nur zuhören, sondern Bürgerbeteiligung oder beispielsweise, das ist ein Lieblingsthema von mir, warum gibt es denn nicht einen Verein von BUND, Greenpeace, eine Nutzergemeinschaft, die sagt, wir wollen Elektrofahrzeuge und wir sagen dir, wir nehmen VW so und so viel ab und stellen dadurch den Abseits sicher. Also auch Bewegungen von der anderen Seite mit den neuen Möglichkeiten, wir brauchen Bewegung in diesem Land, Wachstum für Nachhaltigkeit und neue Märkte, ein paar von Ihnen habe ich gezeigt. Ich freue mich auf diese Diskussion und sage Dankeschön. Ich habe verstanden, es gibt ja eine Substitution, alte Dinge werden ersetzt durch neue Dinge, ist denn das Wachstum oder ist es einfach nur eine Substitution, die da stattfindet? Also wir gehen nicht mehr in den Laden kaufen ein, sondern wir halten unser Smartphone irgendwie vor die Geschichten, da verändert sich was, aber ist das ein Wachstum unterm Strich, was da rauskommt? Also sagen wir mal so, die Warenvielfalt verändert sich, also wenn heute jemand ein Jugendlicher ein Smartphone gerne hätte, war es vielleicht zu meiner Zeit ein Tape, ein Kassettendeck. Also es bleibt auf jeden Fall Wachstum und wir müssen ja eins sehen bei der Wachstumsdebatte nur darauf hinweisen, dass wir natürlich aus einer bequemen Perspektive mitten in Europa argumentieren und ein ganz großes Thema ist einfach, dass Wachstum stattfindet, ob wir es wollen oder nicht, das ist das aufholende Wachstum, Aufbau von Infrastrukturen, davor profitiert die deutsche, europäische Ökonomie ganz entscheidend und das wird auch der verschiedenen Ökonomen sagen, dass wir in den nächsten zehn Jahren Wachstum in Deutschland garantieren. Also ich fand, Herr Schneidewind hat gesagt, Kultur, glaube ich, ein ganz wichtiger Thema, was wir brauchen, ist ja nicht nur die Ökonomie, wir brauchen auch eine andere Kultur des Kaufens, des Austauschens oder wie wir uns selber sozusagen als Menschen in dieser Gesellschaft definieren wollen und das kann nur über, würde ich mal ganz salopp sagen, über Kommunikation stattfinden. Sozusagen ein Werben darüber über sinnvolle Wege, über die Grenzen von regionalem Produzieren und der Notwendigkeit teilweise auch zentral, also darüber Transparenz herzustellen, das passiert ja auch, ich sage nur Nike, Fußbälle irgendwo unter bestimmten Arbeitsbedingungen ist ein Thema und jetzt gehe ich bei Chivo einkaufen, dann bekomme ich eine Sondermarke. Da werden nämlich vor Ort die Menschen, die Kaffeebauern wesentlich höher entlöhnt im Sinne von Fairtrade, als es sonst möglich war, also dass ich eine Möglichkeit habe, mich als Verbraucher zu informieren und dann Entscheidungen zu treffen aufgrund meiner Situation, meiner ganz konkreten Situation. Also für mich ist das Top-Runner-Programm eigentlich ein unheimlich gutes Beispiel. Also wie kriegen wir, da brauchen wir viel mehr, wie kriegen wir Wettbewerbsmuster hin, die einerseits sowas beinhaltet wie Rahmensetzung, bestehende Mindeststandards, andererseits sind Wettbewerb und Lösungen. Ich sage das deswegen, weil wir Auseinandersetzung, Öffentlichkeit brauchen über gutes, richtiges, falsches, angemessenes Verhalten und sozusagen mehr in Richtung Wettbewerbsmuster, Anreizsysteme, da ein bisschen stärker, das kann auch die Politik, also da hat die Politik einerseits Rahmensetzung und andererseits solche Möglichkeiten schaffen eines Wettbewerbs um vernünftige Ziele. Also da würde ich sagen, da würde ich mir ein bisschen mehr auch erhoffen, das ist denkbar. Vielen Dank.